Das ist nicht richtig, dann sollten Sie sich informieren, das ging schon vor 20 Jahren. Ich nehme das mal gerne. Es sind lauter spannende Fragen, nämlich wirklich brennende. Warum haben Sie eigentlich die Kandidaten auf Ihrer Landesliste, die Verbindung ins Rechtsextreme Schreckfum haben? Gute Frage. Und warum ist mir die nicht eingefallen? Wer definiert das? Naja, also, es gibt beispielsweise die identifizierte Bewegung, die besteht im Passenschutz. Spezialtee. Ja, kann man vom Passenschutz erhalten, was man will. Spezialtee aus China. Das darf Welke nicht sehen, dass ich hier Spezialtee aus China kriege. Der bringt mich um. Ich gebe Ihnen doch mal das Mikro zu. Ja.